Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Gute Aktion vom Kipper, hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich, absolut da. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschuss war einfach nicht gut genug. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschuss war einfach nicht gut genug. Und das war die Chance zur Führung.